Er muss ja wieder schwachen. Er muss ja wieder schwachen. Er ist ja noch nicht schrecklich. Ich will den Gnie nehmen. Ich will den Gnie nehmen. Ich kann doch halten. Ich kann den Gnie abnehmen. Ich will den Gnie nehmen. Wenn das immer hin, über Ahnung, du schmischst das rein. Das ist doch nicht. Du kannst ja treffen, ich habe Ahnung. Wir haben spezielle Hände. Das ist doch nicht so. Das ist ja so, dass ich auch mal vor dem Fress hatte. Damit ich mich nicht mehr spielte. Ich will das schon mal aufrecht und nicht mehr wonden, so ausführen. Richtig, dass ich da gerne bin. Ich weiß nicht, dass es immer wieder herrschen kann. Und ich weiß nicht, dass er und nicht mehr draufkommt. Das war ja auch für den Gnie kommt. Aber ich will den Gnie machen. Das ist die Gnie. Das der Gnie hat ihm nicht mehr zu fällen. Ja, ja, ja.